ja hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von 7 days to die mit dabei unser lieber Wischmopp und unser Moderator und ich natürlich hallo hallo so halb tot ja mach dich die Fackel kaputt haben du Scheißtyp ich hab mal bisschen Tierfett gefunden oh ja und das Essen ist fertig gebraten oh ja bitte lass mich sowas essen damit ich mehr Leben hab ja das kommt in die Essenkiste und bitte nicht alles daraus nehmen weil das stinkt ja ich will nur eins essen jo ähm Tierfett muss man glaube ich geil das aussieht besser und ich mach immer ganz kurz einen Cut bis gleich und wir sind wieder da hallo schönen Tag so oh und gleich ist schon wieder hell aber willst du noch weiter in der Mine arbeiten oder ja ein bisschen noch ja ok hast du schon ein paar Rohstoffe für mich oder wenigstens stein ähm dann pack mal bitte die Truhe welche die die rechte war das glaube ich ne da doch nicht du weißt du was über den Ofen ok 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 davon die Pflanzen fährt bremst real ja unbedingt ok das Leben bringt nicht so grad sehr viel ok ne das stimmt aber immer ein bisschen etwas ja ok mach mal den Kochpot was suchst du gerade nichts ich hab nur geguckt ok ah mit dem Kochpot muss man das also machen ok ok ich muss jetzt die Couch verbrennen ja ist auch ist doch egal ja ich hab keine Fackeln mehr ach doch eine noch warte ich hab auch noch welche hier achso du bist unten ok ja ja den ist ja schlecht mit geben so mal gucken ich kann auch wieder welche produzieren neun stück kann ich machen das war schön ne ja ne ich hab kein Holz mehr ok ok ja ich geh mal eben einen Baum fällen oh ja ich brauch auch unbedingt wieder Holz ja ach man und ich muss ganz in Schneebi umlaufen das ist ja schon weit weg so ist das ja vor allem ich hab mir ne neue Axt gecraftet und sie ist sofort blutig obwohl ich noch nix damit gemacht hab oh du hast Eisen gefunden ja das hört man bis zur anderen Wohnung das ist auch grad irgendwie ziemlich laut mhm ich bin echt drüben bei dem anderen Haus bam 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 ich lauf hier mal fast in die Spikes rein bei euch hehehe ja ja die Sonne blendet mich ich sollte mal einen Tee trinken mhm mhm lecker immer wenn ich in diese Schneebi umgehe fängt es am Anfang immer kurz an zu ruckeln das ist bei mir auch so wegen den ganzen Bäumen wahrscheinlich und wenn ich dann erstmal drin bin ist wieder alles gut und wenn ich dann erstmal drin bin ist wieder alles gut was denn dass ich auf Eisen gestoßen bin ne ich bin im Schneebi home hehehe das wär ein bisschen übertrieben ein bisschen mhm mhm das ist ziemlich scheiße ne mhm das haben sie zum Glück gefixt hehehe ja wir haben nämlich immer sofort handelt und dann haben die Hunde schon mal runter gegraben boah hier ist viel ja ja geil Kai bist du noch da? nein hä? nein Kai hallo yes ach der ist ja doch noch da er lebt noch nein ich bin eine Leiche ich spreche nur aus dem Hummel du musst dich wach halten natürlich lebe ich noch du musst dich wach halten natürlich lebe ich noch du musst dich wach halten die Bolzern hast du mir übrigens immer noch nicht gegeben ja 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 das wollte er ja schon seit drei vier Folgen machen ja schon ein bisschen länger her ja hübs 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 ich habe eine Leiche das muss mich nicht mehr hübs 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 im Moment ist war gar kein Eisen was war das Blei Iron Iron oder 7 Potassium Nitrat, keine Ahnung Oh das brauchen wir für TNT 7 Wert oder 3 ok Kohle 2 Aus Kohle kannst du mal Kohllampen machen oder Lampen auf Kohle. Hey, ich bekomme gar keine Setzlinge. Das ist doch beschiss. Hey, im Waldbiom? Nee, im Schneebiom. Ja, da kriegt man irgendwie sowieso keine. Ich verstehe nicht. Ich habe noch nie welche gekriegt. Ich einen. Oh. Ja. Ganz viele. Hä? Ach, ich habe durch den Baum durchgeschlagen und habe den dahinter gefällt. Warten Fail. Diese kleinen Minibäume sind echt ätzend. Ah, ah, ah. Ah, ah. Oh, war oft zu stöhnen. Ah, verdammt. Alter. Was das geht? Ist dir ein Stein auf den Kopf gefallen? Ja, aber richtig. Ich bin fast tot. Ganz viele? Ja. Ach, dann ist die Erde zusammengestört oder wie? Ja. Ah, ah. Kannst du das wieder reparieren oder ist das nicht nach ganz oben gegangen? Eigentlich nicht, nach ganz oben. Okay. War bestimmt, äh, Keys. Also Gravel. Oh, fuck. Alter. Ja, war Gravel. Ja, das wurde auch hinzugefügt. Ist ein bisschen ätzend. Mhm. Das erinnert mich immer wieder an dieses Lied von Gronkh. Kohle, Kohle, Kohle. Ja. Kohle, Kohle, Kohle. Ich wette irgendwann in der 80. Folge ist dieser Wald im Schneevium ziemlich gerodet. Ja. Ist denn der Kai noch da? Gut. Oh nein, da kommt der Gravel. Oh. Oh. Ja, das ist so mies. Oh mein Gott, wieder. Wieso feier? Komm, komm, komm. What? Oh, wieder. Oh, Glück. Ist immer übelst laut, wenn ich nen Baum fäll. Wieso müssen wir jetzt so weit oben rein? Kann ich dir leider nicht sagen. Schon wieder über ein 64er Stackholz. Also Stämme. Das ist doch schön. Mhm. Hast du Setzlinge? Nein. Schade. Null. Nix. Soll mal voller werden. Ja. Vielleicht trink mal ein Glas Wasser. Hast du eigentlich noch gelbe Blumen? Oder gar nicht weiter gesucht? Nee, hab ich nicht. Achso. Ja. Ja. Weil dann könnten wir uns wieder einen Tee machen. Er bringt da fast doppelt so viel. Ich brauch ne neue Spielzeile, gell? Äh, jo. Ich komm eh gleich nach Hause. Also, das heißt jetzt. Ich bin auf dem Weg. Okay. Hier ist wieder die tolle Brücke. Die ist aber nützlich. Ja, das stimmt. Man kommt wesentlich schneller rüber. Ja. Auch irgendwie, wenn man hier aus dem Biom raus geht, ruckelt es bei mir. Immer auf diesen Schluss. Und danach ist wieder gut. Liegt das vielleicht am Wasser? Weiß ich nicht. Nö. Wenn ich da rauf gucke, ist alles gut. Soll ich mal wieder was essen. Oh, ich hasse diese Treppen. Scheiße. Scheiße. Ja. Echt? Ja. Ja, irgendwann, wenn ich genug Holz habe, oder wenn ich fertig da oben mit dem zweiten Stock bin, dann baue ich da in der Mitte mal so einen fetten Pfosten. Ja. Aber dafür brauchen wir ordentlich Holz. Bist du da? Ich bin unten am Hügel. Ich kann grad nicht laufen. So. Ich bin da. Das ist schön. Ja. Ähm. Zehn Minuten. Uns fehlt ein Eisenbarren. Produzierst du gerade? Ja, ich bin dabei. Okay, dann geh mal raus aus dem Ofen. Warte kurz. So, jetzt. Und. Einer ist fertig. Gut. Das passt so, ne? Ja, hat's. Ja. Hier, ich schmeiß mal kurz Holz raus. Warte, ich sammle das gleich wieder ein. Zu spät. Ich hab's schon. Gibst du mir das gleich wieder? Ja. Warte, ich möchte die ganzen Sachen hier rein tun. Ah, okay. Das war's ja noch. So. Hier liegt eine Spitzsacke und ich hätte dann gerne mein Holz wieder. Warte. Okay. Brennmaterial haben wir wieder auch. Schön was. Geil. Guck mal rein. Ja. 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 Ich muss ja ganz kurz kraften. Ja. Ja. So. Ja, das ist so einiges. Geil. Ich hab ja gleich mal fallen. Okay. Warte, ich fühl die Gläser. Ja, kannst du. Und dann kannst du ihm mehr geben. Jo. Werf einfach hier hin. Danke. Okay. Gehst du wieder in die Mine, oder? Ja, ich brauch nur eine Spitzsacke. Hab ich dir doch schon gegeben. Oh ja, seh ich. So. Und 20. Wasser wird gerade verbrannt, oder abgekocht. Das ist gut. Ja. Ich brauch noch Fackeln. Genau, stimmt. Die wollte ich dir machen. So. Fackeln. Torch. Okay, wird gecrafted. Jo. Bist du schon wieder unten? Ja. Okay. Dann geh ich mal eben runter. Ja. Alter, ist das schon tief. So. Guck mal an die Decke. Das ist voll hoch. Ja. Guck mal hoch. Ja, warte. Ich werf gerade die ganze Zeit Fackeln raus. Alter. Da war bestimmt über Kies. Ja, ja, warte. Ich brauch mal Stützbalken. Warte, ich hab was besseres. Warte. Hier. Tada. Ist das bis zur Decke? Ja. Mach mal hier auch noch reinhängen, sonst geht's. Ich bin gerade am drehen. Bist du noch ganz oben? Jo. Warte, ich mach den dir weg. schon fertig. Hey, hör auf. Hör auf du mal Haus auf. Was willst du sehen? Hier haben wir mein Inventar wieder voll mit Fackeln. Legen hier. Mein Inventar ist voll. Okay, dann warte, dann nehme ich die reistlichen. Was? Hau einfach da hin. Warte, kann ich das in diesem... Oder warte, kannst du mir nochmal eine geben? Hm. So. Danke. Bitte. Und dann kann ich oben auch noch welche bauen. Stimmt, da haben wir noch gar keine. Eben. Okay, dann kann ich ja wieder meine Frames bauen. Oh, und das Let's Play ist dann auch schon wieder vorbei. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Oh, nochmal eben Kraft und so. Also bis dann, ciao. Ciao. Hey. 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 Ich glaube, es lebt nicht mehr. Kai. Sagen sie jetzt bitte Tschüss. Ach, dann sag ich mal wieder Tschüss für ihn. Also, schau. Tschüss. Das ist so. Tschüss. Tschüss. Vom Knochen.